Ich sehe die Bombslokation und benutze es. Ich habe dich abgeholt! Ich sehe es aber nicht. Ich fühle mich immer so nutzlos hier auf dem Dach. Ich gehe. Die kriecht hier unten. Die kriecht hier unten. Die Frost. Da unten. Frost ist mir in Lobby. Halt sie da. Ich hole sie mir. Ich sehe sie nicht. Ich kriege das. Ich gucke gleich nochmal. Ja, die liegt da immer noch. Die liegt hinter der weißen Couch. Ich gucke mal kurz. Guckst du sonst in meine Drohne? Aha. Vielleicht gibt es nur welches Pass, was außen fangt. Ja, ich kriege keine Engel drauf von hier. Ich glaube auch nicht, aber mal kurz hier runter. Ich kriege so auch, glaube ich, kein Reflect drauf. Ich habe sie. Ja, die wegkämmen. Das habe ich. Ich habe sie nicht schweig. Ich bin nicht drauf, если du hier auszuschreiben. Ich muss das Side pushen? Da guckst du gerade, wo sie sind. Ah, ja. Vermutlich. Da guckst du gerade, wo sie sind. Der Junker am Turret, der hält die südliche Tür. Ich pushe rein mit Flashbang. Welke ist bei der Nordtür in der Nähe? Throwing Flashbang. Ich pushe die Nordtür. Hinter dem Geld. Hinter dem Geld. Oh, ich hatte ein bisschen Angst mit dem C4. Ich glaube, Glass auf dem Parkdeck. Amaru, Top of Skylight. Amaru, Barview, Flash. Hast du die in der Cam? Äh, ich bin jetzt gerade aus der Cam raus, aber ich kann... Ich kann sie verfolgen, wenn du willst. Hab sie. Diffuser. Oh, nice. Soll ich hochkommen? Amaru's dead. Ah, Sirs. Oh Gott, die bewegt sich so viel. Der Jäger erschießt die gleich. Das war von Westen. In Small Office. Small Office. Wo die vorne bei meinem Lobby. Bin gedroht oben. Sirs, I know. Das war die Docemi. Das ist noch eine, die Kali. Sie haben die Camps übrigens. Ja, I know. Ja, ich nicht. Ich hab das irgendwie nicht mitgekriegt. Main Lobby. Main Lobby. Main Lobby. Main Lobby wo? Weiß ich nicht, ich hörs nur. Du wirst nicht über mich. 攻 под Uhhh Richtung Tür. Also Außentür gelaufen. Tellers, Tellers und unten drunter. Claymore. Unter den Stairs. ich bin hinter der säule man ich habe hinter dir ich habe Archivist Serpium Äh, Kitchen I've got a camp in the Clash, don't Ah, sort of Leanna dead Let's skylight, skylight bottom I killed them dead I killed them dead Agnes, I have the angles to the server Ah, okay, you're there Then I'll throw myself in there and go in camps Or I'll throw myself in gold And go in camps That's much easier The Teller Set is actually soft Oh Gegen Garage Okay, do you do that? Do you do the server? I wanted to get him back That's a blitz Come to Barbar Do KB Mhm Ähm, drohend glaube ich Help Ich hab die Drohne Dann geh ich da mit Und ran Bist du hit? Warte, don't Bleib mal stehen Und nochmal Okay Ist hart links, der Blitz Ja Die Do KB war da ja auch Do KB ist da jetzt auch Ist hit, Do KB ist Aber Dings Server wird auch gepusht Leiderweise unter Druck Ähm, Mainsteads Kommt, kommt zu dir zur Tür Time for double troubles Sophia ist hit Spotted Äh, bist gedrohnt? Hab ich Okay So, alles, die Packs sind weg So, alles, die Packs sind weg Flaschen Alter Jetzt bin ich echt bling bei der Mit der letzten Mit der letzten Scheiße, Do KB hat mich Do KB hat mich Do KB ist one hit They are all in Garage Och, ich häng Ich häng Ich häng Ah, ich dieses blöde Ding Ich bin mal aus dem Eck rausgekommen Ja, der Vigil Der steht halt obenrum Blitz ist pushing hier Oh, Gott, Vigil Do something Der Diffuser ist geplantet, lass uns die Blue Stairs runtergehen Du könntest grouchen, das wäre sogar langer Du kannst nach links Du hast noch vier Gegner, Junge Entweder du machst jetzt was oder gehst nach Hause Kannst du auch Er geht nach Hause Er geht nach Hause Oh Gott Ja Fuckin' hell Ja, wenn's ihn halt alle allein lasst, dann ist man halt Das ist traurig Wenn er sich halt drei Minuten lang in Open Area versteckt, während im Keller alles kämpft Der Dock war aber gerade gut Ich versuch das nochmal Ja, wenn ich nicht, also da ist dieses Blöde neben der Tür zum kleinen Objektiv Dieses Blöde, ich weiß nicht, das ist ein Aschenbecher oder was auch immer das ist Dieser Aschenbecher hat mich getötet, rauchen tötet, rauchen tötet Der Aschenbecher hat dich getötet? Was? Mach jemand die Serverwende? Also...weil ich mach grad Hedges Ja, sagen wir mal, wenn der Gehen zu ist. Ausgezeichnet. Ich meine, sind nämlich alle Hedges da zu. Da ist natürlich der traurige... Ah ne, das ist nicht mehr der traurige Mann. Wer auch immer die Open Area Hedges gemacht hat, ist beide gut. Okay, nicht ausschmeißen. Ey! Danke. Haben wir jetzt überhaupt keinen Roamer? Setzen auf eine Barricade! Warum soll ich das installieren? Barricade aktiv! Oh nice. Reload! Mindestens einer ins Server. Mhm. Ich weiß nicht, ob jemand Garage hat. Warping Mag! Oh. Nice shot. Also ich hab bloß einen Parkplatz. Garage, garage. Ja. Ja. Ah. Coming, Garage. At least one. Ich pushe dem SS wieder runter. Ich hab die Cross-Angle von der Mainsters. Okay. Okay. Scheint einer noch im Server zu sein. Ich weiß nicht, ob ich rumrotieren soll. Die Welt ist... Ne, ne. Behalt es bitte. Halt es bitte gerade. Okay, okay. Okay, okay. Dann mach du lieber. Sonst... Ich hab's aber nämlich über die Long-Angle jetzt noch. Musst nur gucken, dass mich keiner pusht. Ne, ich versuch's möglichst schräg zu halten. Sophia, Charges. Come on, come on. Come on. Es müsste links sein. Von mir aus. Ist nicht an der Wand. Ich weiß nicht, wo sie ist. Dead. Okay, letzte Blitz ins Server. Okay, ich komm. Äh, wow. Zurück gesetzt. Ich hab... Leck. Ich komm nicht durch die Tür. Ich lass ihn reinkommen und... Hast du noch ein Stim? Ja, ja, ja. Ich hab noch zwei Stims. Danke. Ich... Ich overheh dich. Okay. Just don't peek at yourself sort of like. You're 15. She's a boy. Now what? Just stay out there. Ja. Und dann hab ich noch ein C4, wenn er rein pusht, wenn das Feuer weg ist. Was? Spielzeit. 5 Sekunden remaining. Nice. Geht nicht. Aber... Klappt so auf. Der war low. Bulli war der low. Ja, ja, der war 5 AP, hat er geschrieben. Ich hab ihn... Ich hab den nicht mehr gesehen. Der hat... Der konnte das zu... Ich hab den nicht mehr gegeben. Gut. Fun. Yes, yes. Ich brauch ein anderes Headcase. Das sieht echt scheiße aus. Das ist witzig, aber es sieht echt scheiße aus. Das ist witzig, aber es sieht echt scheiße aus. Das ist witzig. Vielen Dank.